Seid gegrüßt und herzlich willkommen zu einem Vlog. Ich weiß auch nicht, wie ich den nennen soll bis jetzt. Also wir fahren einfach nur nach Berlin, um zu feiern und ein bisschen auf den Nacken von Instagram zu essen. Dankeschön, dass du mir ein Glas mitgebracht hast. Statement? Du bist Weihnachtszeit wiedergekommen? Das stimmt. Wir haben uns hierher gesetzt, weil das hier schon stand. Da habe ich gesagt, hey, guck mal, Bier ohne Besitzer. Setzen wir uns hin. Der Mann hat schon zwei Bier leer, die ich habe so gekauft. Oh, oh nee. Darf ich einen Titel vorschlagen? Ja. Endlich mal wieder. KFC in Berlin. Nee. Die Magenschlemmhaut. Wie wäre es mit einem besonders schlechter Flott? Ich glaube, die Leute werden jetzt aufgeregt sein oder genervt sein, dass ich hier Burger King esse. Dann wird es mehr, dass du die Maske nicht ganz oder gar nicht trägst. Komm! Mal es nur einmal im Jahr. Hü, hü, hü. Er soll übrigens alles Gute. Danke. Was bestimmt, der hat ja Geburtstag. Ich freue mich noch auf eure Geburtstagsgeschenke. Ja, ans Vieh, aufs Vieh, ins Vieh. Oh, das Band ist teuer. Achso. Prost, Melkfett. Prost, bis morgen. Kampf. Oh, das ist einfach Stil. Und das ist einfach Gemü. Was hätten wir zum neuen Album? Bauer Böse, Brudi. Prost, bis jetzt ist abgesetzt. Ich habe ein Problem. Ist das Metadon oder? Oh, Junge. Statement zu Sportwetten? Ja, ich gucke mir gerade die Quoten an. Es gibt Quoten, die jetzt Bombe sind. Aber ich weiß 100%, dass ich, wenn ich jetzt hier Geld spiele, dass ich alles verliere. Dann gucke ich mir die Quoten an, dann denke ich mir einfach nur. Was steht mit so einem Akkustand? Ah, das ist an Pictures. Hm, das ist ein Rammstermatik-Video. Meine Bestellung dauert mir zu lange. Junge, 48 Euro? 1000. 48 Euro, 1000? 1000 Euro, 80 und 4 und 30. Du hast schöne Augen. Ich habe Wimpern. Welches Mascara benutzt du, Bitch? Das ist von DM. Kant. Das mache ich aber nur wegen den Payback-Punkten. Immanuel Kant. Malaria-Kant. Ich bin ein, ich wohne übrigens da drüben. Ich bin stolzer Transgender. Ich bin ein Gamel. Stolzer Bier-Gender. Wenn ich dieses ausgedrungen habe, dann wechsle ich zum nächsten. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Alle in diesem Abteil hassen uns. Happy Birthday to you. Übrigens, Brandenburg muss man dringend weg machen. Also komplett weg. Das Netz hier ist unter aller Kanone. Was, Alter? Du mit deinem Brandenburger Arbeiter-Tor brauchst du ja nie die große Klappe haben. Übrigens am 1.05.2022 um 18 Uhr ist Release dieser Kollektion. Geht auf 8i-Gang.com und gönnt euch mies. Und genau für diese Fälle haben wir auch bis 3XL im Shop. Wir sind angekommen im sogenannten Shithole-Statement bisher. Hallo. Ich habe Durst. Hallo. I am the Germany. Mir fehlt eine Flasche. Was? Die fehlt immer noch. Hallo. Mama? Ich war wirklich sehr lange nicht in Berlin und wir sind jetzt seit 5 Minuten hier und ich weiß auch genau warum wir so lange nicht hier waren. also die Stadt hat irgendwie einen Charme, aber wenn man hier länger als so 1-2 Tage ist. Ich habe extra, falls Montana Black reagiert, mir die schnürsäglichen Schuhe gemacht. Also wenn Montana Black auf diesen Vlog reagiert, Junge, 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 bitte nicht. 50 Euro an dich. Alter. Naja, äh. Ja, also ich freue mich echt auf die Erlebnisse hier, auch wenn es nur ein Tagestrip ist. Ähm, naja, was ist denn dein größtes Ziel hier? Du meinst, dass wir verwangen? Ja. Weiser Hase. Weiser Hase. Weiser Hase. Weiser Hase. Alter, der Mann ist ja völlig zugepeppt. Wie ist es hier? Also für den Mann hat auf jeden Fall sich der Aufenthalt schon am meisten gelohnt. Das macht mich wirklich geil. Ich habe nur Angst, dass irgendeine Clique kommt, die hier eigentlich ihr Revier haben. Ja, da gibt's Beef. Beef um den Pfand. Das nennt man Stadtreinigung. Gutes Nest, dass du da hast. So ein ganzer Sixer. Wer lässt du so ein Sixer hier drunter stehen? Auf jeden Fall die Leute, die Corona ist auf und haben Geschmack. Junge, der Tag ist doch so jung und der Pegel ist schon zu hoch. Ich bin zu alt. Du bist so frisch heute. Berlin. Hier seht ihr die deutsche Schuldenuhr. Das sind 2,3 Billiarden, glaube ich. Ähm. Billionen. Äh. Ne, Billionen. Ne, das ist zu viel. Billionen. Junge. Schulden pro Kopf in Euro 28 Euro. 2,09 Euro. Das ist eigentlich nie viel. Und ja, pro Sekunde in Euro haben wir 3,6 weniger Schulden. Das ist gut. Das ist gut, oder? Kannst du das mal bitte zusammenfassen? Wie bitte? 3,655 Euro die Sekunde. Bauen wir die Schulden ab? Bauen wir auf oder ab? Im Wechsel, wenn du genau hinkommst. Wie jetzt? Hoch, hoch, hoch. Ach, wird das jetzt mehr oder weniger? Ach, und so geht es auch runter. Also, wenn die Leute mehr Merch kaufen würden, würde die Uhr auf Null gehen, oder? Äh. Ich glaube, so viel habt ihr nicht im Mann geboren. Wir haben sogar von S bis 3XL. Also, vielleicht schaffen wir es, die Uhr auf Null zu setzen. Ja. Berlin läuft böse, was das angeht. Ja. Der Mann wird hier reich. Ich bin schon am... Ich bin die Fahrerkopf. Junge, Alter. Diese Großstadt macht mich krank! Krank! Normalstes Schloss Berlin-West. Hier kommt keiner mehr durch. Ich gehe gerade durch. Junge, ist das krank. Hier wird massiv Asche gemacht. Das macht mich einfach nur spitz. Dieser Beutel... Ich bin ja nicht hier, um Geld auszugeben, sondern um Geld zu verdienen. Ja, das stimmt. Kann ich euch einen Joggy anbieten? Dann muss es aber nochmal warm gemacht werden. Oh, ich, Alter! So eine Dose! Wir werden reiche Männer heute nach Hause gehen. Reiche Männer! Das ist unser Hotel. Hier sind wir da. Wir haben jetzt ein Viererzimmer. Für jeden 25 Euro. Das ist eigentlich ein guter Deal. Ich werde heute diesen Mann decken. Diesen Mann da. Bist du bereit für unsere Cox? Nein! Ein Apple a day keeps the doctor away. Grab one for free! Dann nehme ich mir auf jeden Fall mal einen hier. Ich hätte lieber einen Apfelwein. Bempel. Schickt mir mehr Bempel. Wir stehen sehr lange an. Immer noch. Wegen fünf Leuten. Wir sind jetzt ein 30er Mann. Übersetzt, ja. So, wir sind eingetroffen. In der Jugendherberge und des Vertauens. Ich wollte es gerade zeigen. Alter, ist das geil. Junge, ist das herrlich. Äh, in wen bist denn du? Ja, also hier der Paul von drüben. Der ist ganz niedlich, oder? Ja. Hat die Janine dir gestern wirklich hingeblasen? Naja, ich möchte eigentlich, ja. Ich hätte gern, dass Gamel oder der Saar schon nicht mehr schläft. Also, wenn ihr schon mal die Betten besetzt habt, dann gehe ich ruhig hin. Ach, ist das krank. Der spinnt. Willst du oben fallen? Ja. Heiliger. Alter, ist das krank. Gap! Dieser Mann hat das Zimmer auf seinen Namen gebucht. Wir anfangen auch auf Sven Mekkelburg zu buchen. Karl Lagerfeld. Was? Brauchst du einen Saufen jetzt aus? Der ist dabei in der Massefilter. Warum nicht? Ich bin lange außer Atem gewesen. Der Hund kann nie wieder laufen, heute Nacht. Ich hätte gelacht, dass die Knopf reicht. Außerdem sitze ich im Sitzen, darf jeder... Wer sein Hemd anzieht, ohne das zuzuknöpfen, Alter. Ich bin halt ein anderes Level. Alter, das ist wirklich einfach nur schön. Dieser ganze Aufenthalt gefällt mir wirklich. Wie in der Schule damals. Komm! Bitte. No, no. Wirklich. Das ist alles auf seinen Namen. Das ist alles auf meinen Namen, wirklich. Deswegen schreiche ich hier so rum. Mit Schuhen im Bett, Alter. Das ist wirklich... Ich bin außerhalb des Betts. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Ich hätte Bock auf einen öligen Foodjob. Auf ein öliges Fußgebet. Wir flanieren jetzt hier. Weltmännisch. Durch die Straßen dieser wundervollen Großstadt. Mit gar keinen Stress. Das. Und gehen schön essen im Hofbräuhaus. Auf Nacken. Jamal? Ist auch mal ein Zügel? Ne. Ah, du hast eine Zügelfahrer eh gehabt. Junge. Was zum Geier? Was zum Teufel, Alter? Junge. Das ist Berlin. Wir waren gerade in der Mittagspause. Wir sind einfach verboten. Fresh, Alter. Was sagen hier. Der Dom muss weg. Weg mit dem Dom. Weg mit dem Anzimmer hier. Die Kapazität des Beutels neigt sich langsam mit dem Ende. Wie viel ist noch Platz? Wirklich nur der Weg vom Bahnhof zum Hotel. Und jetzt hier noch 10 Minuten laufen. Und der Beutel ist komplett voll. Es ist ein Maschallah. Gutes Abend. Ein Russ. Was? So. Da bin ich ja mal gespannt. Ich schätze 9,25 Euro. Das haben die alles nicht angenommen hier. Und 3,56 Euro. Ich habe mich knapp verschätzt. Statement? Es müssen dringend mehr Sachen angenommen werden. Berlin ist wirklich krank. Das ist Berlin. Oder so ähnlich. Du bist übrigens waschechter Brandenburger? Äh, ja. Achso, nein. Bin ich in Brandenburg geboren. In Mecklenburg-Vorpommern? Nein, auch noch nicht. Bin ich hier geboren. Lücke! Lücke! Wir sind jetzt im Kaufland. Und die Schlange vor den Nährgutautomaten sieht so aus. Statement? Ja? 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 Ja. Ja? Ja. Ja? Ja. Der Hassel zahlt sich aus, Leute. Immer dranbleiben. Ich bin Berliner. Ich bin eine Wassermelone. Das ist das Lokal, in das wir jetzt einkehren. Das Hofbräu München in Berlin. Was schon der blanke Hohn in sich ist. Oh, ist das geil. Ich habe schon das eine oder andere Maß gesichtet. Ich glaube, wir sind dem Ziel nah. Oh, zapft. Hier ist noch etwas drin im Maß. Hier ist die Welt in Ordnung. Der Mann gönnt sich Cola. Der Mann gönnt sich Cola. Der Mann gönnt sich Cola. Es ist nur ein Glas. Hey! Es ist nur eine Ausmachtung. Wir haben ein Rast. Ah! Stopp! Der Mann hat schwerwiegende Probleme, was sein Trinkverhalten angeht. Schwerwiegende Probleme. Ich bin Trinker. Die Wartezeit beträgt mittlerweile über eine Dreiviertelstunde. Aber das ist halt normal, Freitagabend. Mein Bier ist noch halb voll. Oh, es ist soweit. Der Mann hat schon leer bei mir. Oh, es geht los, Alter. Geil, Mann. Das Wiener Schnitzel ist eingetroffen. Ich habe heute gefühlt noch nichts gegessen. Ich bin so froh. Oh, geil. Einfach nur geil. Schon mal gönnt sich oben Schnitzel, aber leider haram. Die feinste Weißwürste, die isst man übrigens nicht mit Darm. Nicht mit Darm? Also man isst die Schale nicht mit. Du musst das rausschälen. Aber ja. Junge Leberkäse. Geil. Ein Gelage. Speck mit Senf. Die Schale nicht mit Darm. Ich bin so schön! Ich bin noch 1, 2 und 1, 4! Der Spargel ist eingetroffen, auch wenn zu spät. Und die Show soll denn dieses ungenießbar verpistet! Ekelhaft! Urin und Stinken! Urin-Gestank! Urin! Spargel aus dem Peelitz! Der Mann schont die Mode! Kein einziger Fleck! Komm! Mahlzeit! Das ist nur ein Glas! Mahlzeit! Ich empfange! To the best days of my life! Wir haben ganz random in Uber gebucht und wer ist da? Junge, stabile Karriere auf jeden Fall! I don't speak German! Du riechst immer noch gut! Tom Furt, oder? Heute ist es was anderes! Heute ist es eco-ist! Aber es riecht genauso! Junge, eco-ist! Ja, es riecht eco-ist! Ah! Aber du bist ein sehr schöner, gepflegter und wohlriechender Mann! Aber in der Nahaufnahme kommt es nicht noch rüber, meistens! Bist du noch aktiv in sozialen Netzwerken? Weniger! Wo würdest du dich über einen Follow freuen? Das ist mir eigentlich egal! Mir doch auch! Aber ich will nicht, dass die Leute immer nur denken, dass ich alle ausnehme, sondern immer ein bisschen Hack gebe! Aber dafür wirst du doch bekannt! Ja, fick dich! Ich liebe dich! Wallis-69-unterstrich-Instagram Ach, der Side-Tick von Tanzobot! Genau, ja! Ah, der Side-Tick vom Side-Tick von Unge! Du bist doch nicht dick! Du bist ein schöner, oder? Dann fährst du wieder so schüchtern da und weißt nicht, was du sagen sollst! Ja, der schreibt ja nicht mal seinen Text selbst! Verdammte Ansagen! Ich lege mir diesen Mann so sehr! Wie so ein Mauer! Stört dich das eigentlich, wenn wir fahren? An sich nicht, aber ich will nicht, dass die Leute denken, ich wäre dick! Uranienburger Straße! Wie bitte? Was? Oranieren! Uranienburger Straße, 67 bis 68! In welchem... Hier aus... Welcher Bezirk? Ist hier 30? Mitte... Achso, aus da! Ja, tatsächlich! Genau vor unserem... Alter, meine Stimme ist weg! Alter, genau vor unserem Hotel sind massive Probleme aufgetreten und... Ja... Aber der Abend hat wirklich eine gute Wendung genommen, weil dieser wunderbare Mann da ist! Also... Ich liebe dich! Also wirklich! Auch wenn ich dich die ganze Zeit filme! Und zwar mit Schieblitz, aber du bist so ein gepflegter, mächtiger Mann! Ich mag dich auch, Max! Und das ist aber nicht dasselbe! Liebe! Das ist Liebe! Lüß und schön und hübsch und gut riechend! Eben! Das ist Liebe! Frauen an euch! Egal, Frau oder Mann, nehmt diesen Mann! Nein, keine Männer! Ja, okay! Lass du ihn nochmal klar sagen! Davon distanziere ich mich! Er war gerade am Automaten! Der Mann hat sich eine massive Cola gegönnt! Warum mit Zucker? Ja, die ist von der Mehl! Achso, okay! Dann ist alles okay! Und dieser Mann kommt einfach mit drei Bieren! Und? Ich habe nur zwei in der Hand! Ich müsste mit dir verkehren! Darf ich das für dich öffnen? Ja! Prost! Wie wird der Abend heute? Äh, entspannend! Ich habe meine Brille vergessen! Sieht scheiße aus den restlichen Abend! Hast du Feuer? Und nicht Bullen? Er hat gesagt, ich darf in die Filme mit mich wegstriken! Das würde mir einen übelsten Boost verpassen! Wegen der ganzen Promo da rum! Übrigens sehr nett, dass du die Kamera mit Licht angemacht hast! Ich grüße dich! Für einen... Ich würde gerne in dein... Aber... Was hält uns auf? Ihr alle! Achso, du bist nicht derjenige? Weißt du, was übel anstrengend ist? Er ist irgendwie so ein bisschen die unlustige Version von dir und ich finde das übel anstrengend! Weil ich hier weg möchte und ich möchte... Ja, mit einem anderen Taxi oder sowas! Ich habe keinen Geil! Es freut halt rum wie die größten Idioten! Das lasse ich doch nicht in meinem Auto mitfahren, das funktioniert nicht! Aber du brauchst auch nicht so dämlich lachen! Du hast mir das schon 20 Mal versprochen! Und trotzdem schreibst du immer wieder rum irgendwelche Beleidigungen, die du niemals in deinem Video packen würdest! Dann kannst du schön drinnen lassen! Erzähl doch mal! Erzähl doch mal! Erzähl doch mal! Erzähl doch mal! So, die Parkplatzsuche ist auch sehr schwierig hier in der Gegend! Es ist schon sehr lustig mit den Jungs hier! Also der Wallace und der Damser wird wohl nicht scheinbar mit in den Club kommen! Der Hass! Und der Superfach ist völlig besoffen und geht ihm noch mehr aus dem Sack als ich hier! Das ist so schön! Seht ihr mich? Das wird spannend! Auf jeden Fall! Und wo gibt es eigentlich diese Mode? Achtengingen.com Ab morgen? Nee, ab heute 18 Uhr! Ab heute technisch gesehen, ja! So, wir sind jetzt hier vor der Partymeile! Und das habe ich glaube ich schon in der vorherigen Szene gesagt! Jedenfalls habe ich jetzt Getränke geholt im Spätshop! Und der Superfach uriniert irgendwo gerade wild! Und ja, ich freue mich einfach nur an diesen Club zu gehen! Ich glaube viertel drei mittlerweile! Nene, 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 nene! Dieser Mülleimer, der gibt ungefähr meinen geistigen Zustand wieder! Statement! Uns waren beklaut! Ich wurde beklaut! Wir sind an dem Club, wo wir rein wollen! Und der gute Mann hat gesagt, Nur mit Frauen! Ja, wir sind halt fünf Männer ohne Bekleidung! Also, der Superfahrer gibt einfach nicht auf! Also, wir finden heute noch einen Club! Ich bitte darum! Weil wir sind deswegen hier! Ich weine innerlich, wirklich! Das macht mich sehr traurig! Man darf hier im Club nicht filmen! Deswegen werde ich jetzt auch nicht mehr weiter filmen! Aber es ist geil hier! Wir sind endlich mal reingekommen! Danke euch allen! Mahlzeit! Auf Rollen, Platzverbot! Auf euch, alle, ihr besten Kunden! Wir verlassen den Club und es wird langsam hell! Leider langsam, aber es ist eigentlich schon hell genug! Statement im Aufenthalt! Ich hab meinen Pulli gefunden! Wie bitte? Ich hab meinen Pulli gefunden! Ich hab meinen Pulli gefunden! Ich hab meinen Pulli gefunden! Ich hab meinen Pulli gelaufen mit 6 Kilometer! 6 Kilometer! Ach nee, bitte nicht! Oh nee! Das wird viele Späte spinnen halt! Jetzt gibt es erstmal einen schönen Spätejob-Aufenthalt mit Dönerladen! Ja, mindestens Döner! Wie bitte? Mindestens Döner! Was? Döner! Also, wir sind jetzt auf der Suche nach Essen und der Mann hat gerade einen Gaffelkölsch gefunden! Und genießt das! Darf ich euer Bier klauen? Du hast gerade schon ein Bier geklaut! Stimmt! Und zwar einen! Big in Japan! Big in Japan! Big in Japan! Big in Japan! Dieser Dürum, der wird mir jetzt den Abend abschließen! Das war ein wirklich schöner Clubabend! Der Mann hat noch eine Cola Zero ergattert! Wo ist eine Superfahrer? Äußere ich mich nicht zu! Wie? Vor der Kamera! Was? Ich äußere mich nicht dazu! Vor der Kamera! Feinstes Nahrungsmittel Statement! War mir weg! Fragen herz an dir! Ich distanziere mich von diesem Statement! Füge die Füße! Wie bitte? Füge die Füße ein! Was? Füge die Füße ein! Okay! Füge die Füße ein! Füße ein! Du warst erreicht was ich haben wollte! Ich auch! Viel Spaß euch bei dir! Was? Bis Quals! Wie bitte? Bis Sonntag! Es ist Sonntag. Du bist süß. Bis dem Morgengrauen. Ich freue mich so top den Gamel zu wecken. Mehr auf Sektor. Mehr auf Akanarien und auf Menschen, die wir Bock haben. Das ist übrigens unfair gegenüber den Menschen, die genug besoffen haben und die nicht reinkommen. Sieht nur daran, ob man eine Frauenbegleitung hat. Unter anderem Gendering und Nicht-Gendering. Das ist die Frage. Macht weiter. Da ist der Sargent. Hinter dem Hebemobil. Achtung. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn. Da ist er. Da ist er ja wirklich. Ich hab's gesagt. Also wenn du das spielst, schreib mir bestimmt. Was? Ah, Junge. Oh nee, was ist denn das jetzt hier? Auf seine Kosten übrigens. Filme den. Ja. Da ist das. Und? Warte, die Tasche ist tief. Was? Auf den Mann. Suss Domesticus. Wie heißt das Mittelwort? Was? Wie heißt das Mittelwort? Skrofa. Skrofa Domesticus. Das Hausschwein. Das ist einfach komplett. Guckt diese so fickte Video an, die miesen feine. Das ist ein guter Mann. Du hast ja damals einen Kot verlaufen wollen, aber das ging nicht so gut. Was? Und warum? Warum hattest du deinen Kot nicht hier lassen? Du, deinen Kot? Ich hab echt keine Ahnung, was du meinst, Alter. Frag mich niemals privat. So, es ist jetzt halb sieben. Oh nee. Hä? Au. Hör mal. Oh nee. Es ist einfach rot. Ich komm nicht rein. Ich muss meinen Kot. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich hab einen Kot. Ich hab einen Kot. Ich hab einen Kot. Schatz. Meine Karte geht nicht. Die holen ohne. Wir holen Schuh. Wegen uns? Ja, für mich. Jamal? Statement? Ja, wie war der weiter? Wir sind nicht reingekommen, aber was ist denn? Wie seid ihr in diesen Club nicht reingekommen? Wir hatten keine Frauenbegleitung. Ernsthaft? Ja. Ja, das ist der abgeschädelte Club, den es gibt und ihr guckt nie rein. Wie war es bei dir so? Ja, gefixt. Ich habe fern geguckt und dann habe ich gepennt. Sass Domenikus. Ja, was ist denn heute der Aufmerksamkeit? Ich habe es mehrmals gelegt, ich muss es nicht. Aber oben hast du es aufmerksam. Verletzt wurde? Sass Domenikus. Sass Skrofa Domesticus. Frederik Seipz. Ja. Guten Nacht, ihr kleinen Engel. Ich höre erst auf, wenn du aufhörst. Es ist jetzt halb sieben. Wollte gerne drei Stunden und... Der Sergeant hat es irgendwie hinbekommen, dass wir bis um eins schlafen können. Super Fahrer. Mein Fuhl ist hier. Kannst du dich bitte mal zeigen? Ich bin lang. Du bist nicht nackt. Warum wusstest du gerade? Wo bist du? Hier. Ach so. Hallo. Ein Statement? Ich habe meinen Nasenspray vergessen, weil ich süchtig bin. Schickt mir mehr Nasenspray bitte. Ratiofarben. Für Erwachsene. Dankeschön. Bis morgen um ungefähr 13 Uhr 24. Wenn du schnarcht, werde ich dich filmen. Die ganze Welt soll ihr hören, wie du schnarcht. Ja. Warte mal. Hier, das. Ich bin schüchtern. Tschüss. Gute Nacht. Ich baue jetzt einen Bus. Junge. Gute Nacht. Guten Morgen. Ich bin mir auch übel Durst. Ich auch. Mein Maul ist komplett trocken. Können wir uns das überteuerte Wasser und umkaufen? Oder das Kamel ist schon seit ne Stunde auf dem Klo und duscht und wäscht und rasiert sich. Was hast du schönes an? So. Ich war eigentlich halbnackt, aber ich fühle mich jetzt wohler. Du hast gekackt. Ja. Mit in der Dusche und den Darm gereinigt nochmal. Können wir uns irgendwas zu trinken? Willst du mal in den Po riechen und nachgucken, ob er noch was bringt? Ja. Irgendwas organisieren. Ach geil, Alter. Kann ich mal kurz Licht aufmachen? Ich will jetzt ficken. Ich töte mich. Ich will wirklich. Ich hab extrem. Ich wollte eigentlich schon aus dem scheiß Wasser hier saufen. Ja, nee, 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 nee. Ich will keinen Darmtrakt durchtrennen lassen. Bringst du mir was mit? Ich hab kein Geld mehr. Na, wäre doch Dursten. Ja. Das Statement zum Abend. Wirst du alles sensieren? Wirst du alles sensieren? Der Abend war ganz cool. Die Nacht war schlimm. Hast du meinen Instastory schon geguckt? Ja, ich schäme mich wirklich sehr. Aber es tut mir wirklich trotzdem. Ich schäme mich für nichts. Ich hab sehr viele schlimme Dinge gemacht. Wir haben hier für 2€, weil wir sehr doosig und nicht sterben wollten, dieses Wasser organisiert. Also ich hab's organisiert, mit meiner roten mächtigen Karte. Nur weil du rote Zahlen schreibst? Ich hab bei Monte geklopft, der hat uns ein Wasser mitgegeben. Also wenn ich dort klopfe, dann wär ich immer vom Buck weggejagt. Fast ja, der frisst uns mit Haut und Haaren. Mit Haaren. Grüße an den Viva. Was ist denn hier eigentlich los, Alter? Aqua. Viva con Jamal. Das ist wirklich ein Moment. Jetzt wissen wir, wie Monte trinkt. Und dann vielleicht erreichen wir auch was im Leben. Ich denke, der Mann ist trocken. Ich bin sehr trocken gerade, ja. Alter, gibt's das Shirt eigentlich auch im Modeshop? Warum siehst du so abgeranzt? Ah, okay. Warum geht's mir eigentlich so gut? Weil ich noch nicht nüchtern bin, das ist das Gute. Ich bin eigentlich nüchtern. Ich bin noch nicht häufig stumm. Ein Pimmel tropft. Das ist mir doch egal. Er tropft auf das Tuch. Wir haben ja schon in diesem Vlog angemerkt, dass wir, wir sagen nicht wo wir sind, aber wir haben die Betten nicht bezogen oder irgendwas bezogen. Ich hab gesagt wo wir sind, aber die Bettwäsche liegt halt da. Die ganze Bettwäsche von mir betten sind fast in seiner Tasche. Ich bin eh hier auf dich. Ich nehme hier nichts mit. Du auch nie. Wir nehmen den Kamel mit, okay? Ihr war nie Handtücher. Ihr gab's nie Handtücher. Ja, okay. Können wir jetzt bitte was trinken? Ich bin am Arsch, Alter. Ich hab hier schon reingebissen. Nimm das. Nee, ich kann das nicht öffnen miteinander. So. Vielen Dank für das Wasser brah. Das waren 2 Euro übrigens. Ich kann das nicht öffnen. Ja, es ist doch offen. Nee. Ganz oder gar nicht? Ich muss auf einmal Kassenschutz machen, Alter. Das ist, glaub ich, längste Szene in einem Vlog, die du je hattest. Naja, 2 Minuten, 8 Sekunden. Jungen. Ey, das ist eine Kohlensäure. Wann waren wir hier? 300 Leute haben zugeschaut um die Zeit, Alter. Auf Instagram? Ja, ihr seid sehr gute Menschen. Ich hab das fast gepostet, den Livestream. Ich hab das zum Glück noch gelöscht. Sind da schlimme Dinge passiert? Na, ich hab dezent was gesagt, aber es ging. Also, glaube ich, nichts Strafrechtliches waren es. Das ist übrigens hier, Club an den Shoutout. Ich bin auch im Tourset. Ich hab uns stechen lassen heute Nacht. Im Souf. Einfach alle. Ich werde diesen Mann bald stechen lassen. Das ist wie dieses Freundes-Symbol von Yu-Gi-Oh. Kennt ihr das? Ich dachte, du meinst Pizza geht. Irgendwie verpiss dich. Der Mann fotografiert einfach meine Genitalien. Das ist völlig random. Wie die Gruppe. Pick dich. Alles für die Gruppe. Ach, Mann. Der Mann hat er die Hand davor gemacht. In der Ecke hat getroffene Päne. Wir gehen jetzt auf jeden Fall euch demnächst schön im asiatischen Restaurant. Der Name wird bald geliebt. Das heißt HOLO. Der Mann sammelt sein Leergut und hat große Rückenschmerzen. Ich bin bei den Spinnen. Warum hast du eigentlich Rückenschmerzen? Ich hasse ganz andere Sachen. Was? Alter, bitte keinen Hass im Chat. Ich habe mir einen Bus gebaut. Aber ich bin alleine hier. Ich schwöre. Warum wolltest du, dass ich einsteige? Nein. Ich habe leider nur eine über Nacht. Patrick, wie geht es dir so? Eigentlich sehr gut. Der Mann ist ja wirklich nicht mitgekommen. Der ist ja wirklich einfach nicht mitgekommen. Der ist ja hierher gefahren, um zu essen und dann einfach schlafen zu gehen. Wer wurde vom Trophy Club rausgeschmissen? Oder kam erst überhaupt keine rein? Wir waren Männer und das war das Problem. Warum liegt eigentlich hier Bettzeug rum? Weil wir asoziale Elemente sind. Warum hast du eine Maske auf? Stimmt, ich wollte es gerade anmerken. So, warte. Warum liegt hier eigentlich Bettzeug auf dem Boden? Warum hast du eine Maske auf? Max? Pure Autismus. Warum ist mein Bild eigentlich am dreckigsten? Das ist von Paul Kalkwender, das Lied, wo er gemacht hat. Der U-Bahn-Song. Das heißt, train. Paul Kalkwender train. Googelt es. Grüß einen Mann. Besuch uns mal bitte. Ey, nicht sagen traut euch. Kommt zu uns. Das ist nie gut. Schwierige Zeiten. Das ist Berlin. Calling. Ja. Nein, der Film, ja. Aber das Lied ist schön. Nein. Der Mann hat mies abgesandt am Automaten, Alter. Ihr könnt mies, Alter. Mies, ihr könnt. 140 gedrückt. Das Glücksgefühl ist einfach nur Placebo. Hier findet einfach der Drödelmarkt statt in Berlin. Das ist so unfair. Ich will endlich wieder in Dresden auf den Drödelmarkt gehen dürfen. Und hier findet er statt, Alter. Junge, ich habe jetzt echt Bock zu drödeln. Kleine Schnäppchen. Für großes Geld. Und sogar Schnaps. Ich krieg dir ja was ab. Mach mal den Auge, Alter. Guck doch mal da aneinander drüben. Grüß dich. Ich weiß nicht, ich kann ein Foto mit dir machen. Ja, selbstverständlich. Eure Mann, Alter. Mega cool. So, wir essen mal wieder auf Instagram seinen Nacken. Danke euch, Leute. Und der Mann gönnt sich mehrere Cocktails. Alkoholfrei leider Gottes. Der Mann gönnt sich wirklich ein Konterbier. Das ist einfach nur herrlich. Und? Das ist ganz wichtig. Wirklich ein Lachs. Jamul? Jamul Tasche. Fußball. Feinste Speisen sind eingetroffen. Das ist einfach nur herrlich. Feinster Lachs. Garnelen mit Curry. Und der gute Mann gönnt sich... Huhn, Rind oder Schwein. Schwein. Das Schwein ist herrlich. Bitte nicht filmen. Es ist noch Ramadan. Warum guckst du immer so böse? Ich guck mich böse. Aber es ist nicht meine Intention, böse zu gucken. Das Konterbier ist jetzt in diesem Mann und das sieht absolut nie gesund aus. Statement zur Sachlage? Mach es nicht nach. Lass es sein Alkohol weg. Ich sage es immer wieder und ich betrüge mich selbst und tue es weiter. Ich bin bescheuert und dämlich und dumm. Ich muss der Sachsen werden. Nur nicht so schön und stark, aber ich muss der Sachsen werden. Du bist schön und stark. Das ist für ein Gerücht. Du bist schön und stark und eng. Das hatte ich auch für ein Gerücht. Ich bin ausgeweidet bis zum Bettner. Warum haben die die Gedächtniskirchen eigentlich nur mit einem halben Dach gebaut? Ich verstehe diese neue Architektur irgendwie nicht. Die Frau wollte nicht gefilmt werden. Die wollte nicht geliebt werden. Hä, ich habe doch nur die Türchen gefilmt. Ja, ja. Die ist wirklich undercover gewesen. Wie viel ist denn dein Outfit wert? Ich glaube mal so 7 Euro. Aber wenn ich es jetzt benutzt habe, ich glaube nur noch 1 Euro. Oder ich musste noch draufzahlen. Grüße an die Itz. Itz Berlin. Wir sind jetzt am Fuße des Brandenburger Tors. Wir werden gleich die Körperwelten besuchen. Hier bahnen sie auch schon zahlreiche Körperwelten an. Dieser wunderbare Mann. Das ist eine einzige Kamera. Ui, das ist doch fett Comedy. Du bist einfach fett ohne Comedy. Ja das. Herrinloser Pfand. Wir sind wieder mal mit einer Lehrgutabgabe. Statement. Kampf. Der Mann raucht gerade meinen Beutel. Der Mann hat dauerhaft gelacht. Jetzt hört er auf. Der schwarze Sergeant. Der schwarze Sergeant. Der Mann hat dauerhaft gelacht. Achso, ach man. Das tut mir jetzt zugleich. Jetzt ist dein. Wie bitte? Danke Sargen für alles. Bitte, bitte. Warum bleibst du jetzt noch in Berlin? Weil ich live gehe. Ich muss noch arbeiten. Trägt ihr das Paret eigentlich auch beim Geschlechtsverkehr? Ja. Ja, ruhig. Dir trägt auch eins. Auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Wir sind jetzt im Zug nach Hause. Und wir kriegen höchstwahrscheinlich keinen Platz. Das macht mich wild. Hey, bist du Harry? Harry Potter? Ich bin Ron, Ron Weasley. Ja. Danke Jungs für diesen geilen Aufenthalt. Kann ich an dieser Stelle nur sagen. Danke. Sargen ist übrigens zurückgeblieben, weil er sich fürs Team geopfert hat. Und ich muss anmerken, ich hätte auch gerne ein Baret, aber nicht so eins wie Sargen, sondern eher so eins mit 50 Kaliber. Und gar mehr wird rausgeschmissen. Fick dich doch, Frau Farah. Fick dich einfach mal. Der Snack. Bist du der liebenswerte Dicke? Bist du das Atter von Gehen? Bist du das Atter von Gehen? Bist du das Atter von Gehen? Wenn du das Atter von Gehen bist, dann ja. Mir schwillt der die Lippe an. Wir haben übrigens fast den Zug nicht erwischt. Weil der Stau in Berlin unfassbar groß ist. Und dann machst du den Brandenburger Tor noch mal sehen weiter. Ja, wir haben es fast noch ein bisschen Zeit ziehen gemacht. Und wir haben Bud Spencer gesehen. Ein Imitat. Und warum die Terrence Hill? Terrence Hill. Tine Wittler. Tine Wittler. Alter. Kannst du die Kamera noch ein paar Mal schwenken? Die Wand, bitte. Die Wand. Die Dicke, bitte. Junge, hier kommen gleich die Dementoren hin. Es wird kalt. Ich weiß nicht, dass die Leute kommen, die reserviert haben und uns rausschmeißen. Tja. Der glaubt da niemandem. So, es sind jetzt anderthalb Stunden vergangen. Genau, dass wir aus Berlin zurückgekommen sind. Ich dachte, wir fahren jetzt nach Berlin. Alter. Und gehen jetzt zu einem Walpurgisnacht. Ich bin komplett am Ende. Ich hab eigentlich überhaupt keine Laune. Ich geh nur einmal mit. Ich bin mir so schlecht. Ich hab mich fast übergeben. Ich werde was essen und dann Zeit nach wieder gehen. Ich werde das Haussschwein penetrieren. Ich hab weggepollert, ey. Warum ist eigentlich dein Cognitonie dabei? Ich mach mir dann echt Sorgen um den. Ich muss Antibiotikum nehmen, Vater. Oh. Ja, noch neun Tage. Ich Junge. Deswegen kann ich schon nicht saufen gerade. Oh, das hatte ich auch hinter mir. Ja, das ist Antibiotikum. Das ist nicht geil. Ich wach nachts auf mit Magenkrämpft. Das kannst du dir nicht vorstellen. Irgendwie. Also der Arzt hat gesagt, ja, wir haben ein flaues Gefühl im Magen. Und dann kommen sie wieder, sagen sie Bescheid. Und ich wach nachts auf. Ich hab das Gefühl, mein Bauch zerreißt. Den zerreißt es einfach. Ich dachte, Junge, das kann aber auch an meinen Drogenkonsum liegen. Aber Antibiotikum ist schlimmer. Nerds. Ja, nicht die. Jetzt sind so schlecht alle. Moment. Berlin? Bist du bereit für den Sektor? Ohne Hektor? Geht ihr auch für den Sektor? Warum bist du so demotiviert, Brudi? Ich fühl mich als... Komm ich gerade vom Club. Ich fühl mich einfach nur schlecht. Ich mich auch. Wir haben wirklich gerade alle auch gesagt, wir würden lieber zu Hause sein und nichts machen. Ich steig nachher einfach in die andere Bahnfahrt zurück. Zum Flughafen. Schneiden Sie bitte an dieser Haltestelle in den Bus rum. Wir sehen, wie das Feuer für die Hexen verbrennt wird. Und ein kräftiges Handgeklapper für den Schuh. Statement? Das ist so geil. Bist du die Hexen, die verbrannt hat? Junge, ich distanzier mich von dieser Räder. Junge, ist das krank, Alter. Junge, ist das krank, Alter. Ich rede. Mein Leber. Was ist alles? Ich brauche Rollstuhl. Ja, ich hab noch recht. Junge, ist das alles krank hier, Alter. Geil, Alter. Aua. Was heißt? Das Essen wurde im Ölgem. Das ist mein erstes Essen heute. In Dresden. Die Würste werden nicht nur hygienisch einwandfrei als Ding und gelagert, Alter. Du wirst mit sich ein Meister dabei. Der Wahnsinn geht weiter hier. Cola wird getrunken. Danke, Medenfieh. Das Medenfieh geht aus. Geil. Hier gibt es sogar noch Pflanzengestreu. Wie ist die Welt in Ordnung? Nein, Jürgen. Du bist ja ehrlich. Was mir gefallen hat? Mahlzeit! 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 Wöhn wir in Polenloch! Wöhn wir heute? Komm, ist das krank, Alter. Komm! Schöne Fasspause. Mein Obo. Der ist schöner Lachs. Der ist... Pferg mal deine Brüstehaare. Pferg mal deine Brüstehaare. Warte mal. Warte mal. Wo bist du jetzt? Der Bart sieht aber auch nicht gut aus. Alter! Wo ist das? Im Gefängnis oder was?